Oh, ich bin trotzdem ein Bonus Game Cool. Schade. Noch könnte es eine Dreiecksmatrix werden. Was? Eine Dreiecksmatrix könnte es noch jetzt nicht mehr. Doch! Ach doch. Nee, die sind giftig. Ja, was ist das jetzt für eine Dreiecksmatrix? Weiß ich doch nicht. Weil normalerweise sind hier entweder... Also so... Ja, eigentlich gar nicht. Egal. Das ist eine rechts-unten-Dreiecksmatrix. Ja, genau. Och, nö. Ich drücke nicht auf Continue and Save, nö. Seh ich nicht ein. Und ich bin wieder mal noch klein. Fantastisch. Was glaubst du, gibt es jetzt einen Switch, der da unten in der Lava ist? Welcher fehlt noch? Der rote. Würde ja passen. Nein. 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 Ich fühle mich als Kleiner so ein bisschen vereinträchtigt. Ich würde gerne... Ich würde schon wieder super abwechslungsreich. Ein bisschen größer werden. Oh, oh. Komisches Viech, das aus dem Wasser kommt. Äh, Fledermaus. Komisches Viech, das aus dem Wasser... Äh, aus der Lava kommt. Fledermaus. Komisches Viech, das aus der Lava kommt. Fledermaus. Oh. Oh. Eine Pilzwaschanlage. Da wurde der Pilz poliert. Oh, ich hab grad so viel zu tun. Juhu. Ich will ja sterben doch, wenn sie in Lava kommt. Scheiße. Ich hasse diese... Ich hasse diese Pflanzen bei diesen Dingern dazu, weil man da nicht auf sie draufhüpfen kann ordentlich. Tja. Du bist einfach nur zu schlecht. Ui. Was erzählst du mir? Über Switch. Wette, da unten ist ein Schlüssel drin. Scheiß. Scheiß. Was? Okay. Wette, da ist in einer eine Ranke drin. Irgendwie so was. Ahem. Puh, danke für das Kästchen. Langweilig. So. Ich wollte dir schon viel Spaß beim Sterben wünschen. Werd ich haben. So nicht. Ey. So nicht. Ich bin jetzt ohne Save-States. Wenn du das machen willst, gerne. Ja, dann. Geh in irgendeinem Level, nehme ich schon wahr. Und drück dann, äh... Steuerung und das andere. Ja, okay. Das ist nicht voll oder so, keine Ahnung. Du holst... Ich bin natürlich für deine Pilz, du Gauna. Aber Moment, man muss das sogar so machen. Man muss das machen. Man muss was machen. Den die Ranke hochholen, ist das gar nicht die Sequence? Man muss das machen, hier geht's ja gar nicht weiter. Ja, ach nee. Das ist ja doof. Das fällt aber früher auf. Ich bring erst mal in die vollkommen falsche Richtung. Ich hätte es sein können, dass da was ist. Ah. Stirb. 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 Ah. Ey. Ja, hast recht, den machen wir jetzt mal nicht. Solange ich nicht wirklich tot bin, lade ich ihn nicht. Wie war das noch gleich mit diesem absolut abwechslungsreichen Level-Design? Tot? Ah, ich... Ich hasse diese Pflanzen. Echt jetzt? Das ist... Ah. Diese Pflanzenkombination mit diesen... diesen... Knochen da. Das geht gar nicht. Mit was für Knochen? Mit Knochenköpfe. Ach, man nannte sie auch Totenscheel. Ja, richtig, meine ich doch. Über Ausdruck, Knochenkopf. Scheiße. Da ist ein Schlüssel drin. Egal. Das hat ja auch noch einen Secret-Exit, von daher... Äh, einen normalen Exit, wollte ich sagen. Der ist ausverkauft. Von daher darfst du den dann mal einfach machen. Was soll ich das denn? Was tue ich, Mann? Geil, ey. Wie dumm ich einfach bin. Das fällt dir aber früh aus. Ja, ne? Nicht, dass ich den jetzt noch brauche, oder so. Das wäre dumm. Toll. Wozu habe ich das jetzt gemacht? Dumm. Das sah so gut aus. Anno. Epic Fail, ey. So, du darfst jetzt aussuchen, Geisterhaus oder Red Switch-Weg. Ach, weißt du? Ich mach das Geisterhaus, den würd's mitmachen. Du machst den geheimen Ausgang. Ich besorgen mir jetzt erstmal ne Feder. Willst du mit ner Feder? Ja. Ich überfliege diesen ganzen Anfang am Dreck. Den, diesen ganzen Dreck am Anfang, wollte ich sagen. Den ganzen Dreck am Anfang, wollte ich sagen. Den ganzen Anfang am Dreck. Oh man, ey. Was ist das Loch hin? Du hast's kaputt gemacht. Man kann das Loch nicht kaputt. Das ist weggeglitsch. Ach, ja, jetzt lade ich aber wie auf. Jetzt ist das Teil einfach weg. Ich sage, du hast's kaputt gemacht. Oh, beim Niederskauf auch überhaupt nicht falsch über oder so irgendwie nach. Was? Was ich gesagt habe. Äh, ich weiß nicht, was du immer alles doppeldeutig verstehst. Keine Ahnung, äh. Das konnte ich nicht töten, ne? Ne. Wie das halt mal genau bis zu deinem Rand gegangen ist. Wie's mich einfach mal perfekt getötet hat, ey. Oder so. Skill. Hätte ich gerne. Äh, lag. Ich glaube, da möchte ich unten lang. Nee, das ist doch nur ein Leben. Und? Oh, ich habe doch erst so wenige von. Gut dein Leben, ey. Der Glück, dass sie unten langt werden. Ich hätte hinter dem Typ mit dem Block. Okay, oder auch doch nicht. Aber da, wo der ist, hätte nicht für sein können oder sowas. Oh, so. Ach. Tatsächlich. Er wollte mich verarschen, ne? Lol. Was? Wie dumm der ist. Ach. Jetzt wirst du wieder diskriminiert, weil du groß bist. Die diskriminiert. Boah, bei mir kommt schon wieder wer in Skype an. Das ist eh nur ein Leben. Leben als ob. Warum habe ich heute nie recht? Was meinst du mit heute? Ey. Aber heute besonders oft. Naja. Durch. Hat es total gebracht. Das ist total sinnvoll. Fail. Wo willst du hin? Ja, das könnte ich nicht fliegen. Hier. Oh. Hast du dich gesehen? Ich fand das offensichtlich. Oh. Wie gesagt, ich bin hier der Puzzle-Experte. Ja, aber... Ach so. Ah, okay. So, ich könnte jetzt eigentlich auch nochmal gucken, was da rechts ist. Die Tür kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal. Du kannst ja auch da oben durchfliegen, im Übrigen. Ach, stimmt. Ach, wieso lade ich denn jetzt Hilfe? Hallo, Kenzel. Hab schon. Nein, wo gehst du hin? Ich will doch gucken, ob hier rechts noch irgendwas ist. Ja, nix ist da. Da kannst du nur hochfliegen. Ja, ich gucke einfach nochmal. Ach, da wäre noch was. Oh, da ist noch was. Ich nehme mal bei meiner Tür. Aber hast du das echt nicht gesehen, dass man da einfach so hätte hochfliegen können? Ich fand das offensichtlich. Ja, also ich habe vor allem gesehen, dass man auch unten durch kann. Da habe ich mir gedacht, da wird man von beiden Seiten hoch können. Hä? Ist jetzt kaputt? Es leckt. War deine... War deine Internet gerade irgendwie zwischendurch mal weg? Nö. Weil im Normalfall höre ich immer einen Rauschen, wenn ich dich höre. Dann war auf einmal ganz still. Oh, nee, also wenn es ganz weg gewesen wäre, wäre er sicher Skype verabschiedet. Ja, nur das versucht er die Verbindung auch herzustellen. Das kann durchaus sein. Jetzt ziehe ich was ausprobieren. Nämlich? Was da tatsächlich unsichtbare Blöcke hingesetzt hat. Ja, muss er ja. Ich könnte ja auch so durchspringen. BAK! Ist aber auch irgendwie ein alter Hut, dass man irgendwo nach unten durchfällt, oder? Man kann ja nicht komplett neue Sachen... Nehme ich schon wieder eine halbe Stunde auf. Ja. Oder habe ich einfach nur nicht gedrückt. Schon wieder eine halbe Stunde auf, ja. Fantastisch. Du kannst doch jetzt eh länger hochladen. Ja, aber ich muss es ja bearbeiten. Was steht denn hier? Aha, ja. Na? Ah, auch toll. Hey. So, hey, hey, hey. Okay. Gut. Ja, gut. Ja. Kommst niemals raus, stand da drin. Ja, ich weiß. Hier steht. Du hast nur 100 Sekunden, um aus dem nächsten Raum zu entkommen. Schade. Bäh. Ich hab' nicht, wo der Witz ist. Das ist ein riesiger leerer Raum. Er ist auch mit Gas gefüllt. Da will ja keiner rein. Das ist da auch keiner. Als wär das im Geist nicht weiß, egal, was da drin ist. Glückwunsch. Ich wollte eigentlich rumdrüberfliegen, so ganz gestylt, ey. Ich war einfach nicht in der letzten Sesse-Deckel gesetzt. Oh, nö. Ach, das geht doch noch. Okay. weil ich diskriminiert finde ich nicht toll da geht schon weiter tuken und vorsicht ok fliegen also da ist jetzt geister ich das zeitlich wohl noch schaffe ja ja bestimmt ich hab noch 17 sekunden da ist auch die tür gestalt ist nicht wirklich gut und nicht dass dann noch die zeit beim ziel weitergeht also das kann man ja machen dass die dann auf null ist oder so ist so lol war dir das nicht klar nein ich wollte das doch dramatisch machen trinkt nicht immer was ich hatte aber durst ob der noch ein secret hat hoffentlich nicht aber der hier ach ich wollte mir eine feder holen ach ich wollte das mal das video beenden